Der fünfte Grund. Unser Alter lässt sich nicht mehr verbergen. Herr, kannst du mir eben helfen mit der Kauke? Nee, Anja, da kommt bestimmt gleich noch ein anderer. Ich hab das heute im Knie, das geht nicht. Piki, kannst du mal eben mit anpassen? Ja, aber ich darf überhaupt nicht schwer heben. Na, tut mir leid, ich hab Schulter, echt, das geht gar nicht, echt nicht. Nochmal, da zitterholt mich zwei. Hä, wo, wo? Mensch, hör doch hin, her. Wo war das? Ach, keine Ahnung. Okay, das wäre der Trompeteneinsatz. Okay, das wäre der Trompeteneinsatz. Okay, das wäre der Trompeteneinsatz. Nein, ich hab dich. Ich hab dich.